Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Runde, glaube ich, ja. Müsste es sein. Hä? Nee, zweite, glaube ich. Zweite? Nee, nee, wir haben doch aber noch eine Aufbildung. Egal, wird ja dann ich sie dann sehen, welche Runde das ist. Egal. Nee, werde ich nicht. Zu survival games, werde ich sagen. 1064, glaube ich, auf SG.grenz.net. Natürlich steht die IP wieder in der Beschreibung, bevor der Ben mich wieder wegfistert. Nee? 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 Warte, ich tue mal noch einen Shader rein. Also, wir gehen unseren Normal-Way, ne? Mhm. Also, welchen Shader soll ich noch mal reinmachen? Äh, Rudow Place. Rudow Place. Okay. Ich rieche ganz nett aus. Wie sie alle schallklipsten, wuren Kind. Hey! Was? Wo stehst du es jetzt, halt ich mal? Der Old steht dazu. Ah. Ich hab'n Schwert. Ja, wie ich aus der Kiste will man gar nichts bekommen. Sollt wir einfach alle mal den Standardweg gehen? Nö, ich hab'n Schwert! Ich hab'n Schwert für dich, wenn kein Hang stehen. Standardweg, ne? Bist du, bist du hinter mir, ist hinter uns einer? Ich bin auf der Brücke. Ich geh' jetzt zur Brücke. Du bist hinter mir, oder? Nö, nein, ich bin jetzt schon auf der Brücke. Bist du nicht? Oh. Hä? Bist du? Was für eine Brücke bist du? Hey, ich bin nach rechts aufgebogen. Bist du auf der Brücke, die direkt, also direkt, direkt am Sporn? Ah, da bist du auch. Was? Was ist nicht gegen... Achso, hi, hier. Hey, hey lol, wo ist mein Schwert denn? Scheiß auf, hier ne meine Axt. Meins. Ja, ne, das Schwert! Ne, ne, nehm'n du, warte kurz, ich hatte die eigenen Miken, Max. Hab' ich die gedroppt? Ja. Ich hab' die gedroppt? Na, egal, keine Ahnung. Ich weiß, dass da oben eine Käse drin ist. Mann. Oh! Scheiße! Da. Ich hab' das zweite Old Chat geglaubt. Da waren zwei drin Hey lol, ich hatte das bei mir schon längst im In-Wi Am Arsch, na egal War in der Kiste überhaupt noch was drin? Irgendwie sind wir gerade bad, kann ich sagen hin? Ja Nee Wir doch nicht Oh fuck, komm hier mit, da sind eh keine Sachen mehr drin Aua Ich muss es schaffen, da am Rand zu bleiben, weil da nicht ein Chest ist Ja, da sind keine Sachen mehr drin Chris, guck mal, guck mich an Ja Deine Hilfe, 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 Hilfe Nimm doch den Bus Nein, Chris, komm Du Funsenfigur Oh, hab ich ihn geklatscht Uh, Skiller Skiller Ah Ich lass die Aufnahmen jetzt einfach mal an und wir werden Hören, wie geil du noch wirst Oh nein Hast du geklatscht? Ja Okay Dann sehen wir uns gleich in einer neuen Runde So Leute, hier in einer neuen Runde Grüß dich mal Chat Wenn du Opfer Wenn du Opfer Und jetzt treibt der andere noch dazu, es lohnt sich Höhöööööö Ne 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 Wär man, Alter, als ob wir so ein Porn-Channel wären Das lohnt sich Hat man, Alter Als ob wir so ein Porn-Channel wären Das lohnt sich Halter und meine Rüstung küsst ich bin in der D-Mach-Mach-Mach-Doppel-Fitz F5 geht bei mir gar nicht mehr, doch oh schön, ist das Gold? fuck, jetzt hab ich den besonderen Weg verpasst ja Gold, Brust und Eisenherren ok wenn wir nachzunehmen sind BOOM! Was los bei dem? Nein! Tönti! BOOM! BOOM! Ich werd hier gerade von zwei Opfern genatzt Bist du tot? Nein, komm mit Bist du auf der Brücke? Ja, ich lauf den gerade hinterher Ach lol, echt? Was, ne? Troll, komm, okay Wir sind hier weiterhin lang gelaufen Achso Hab einen genatzt Bist du? Seid ihr auf dem Basketballfeld? Hab noch einen genatzt Seid ihr auf dem Basketballfeld? Hä? Ja, ich kann mein Basketballfeld zurück Ah, da Ich seh dich immer noch nicht auf dem Basketballfeld Hinter dir Hinter dir Geh weg Geh weg Geh mir mal deine Eisen Ah, ja! Oh Gott, da kommt einer! Was? Au! Nein! Wurdest du jetzt gerade genatzt werden? Ich hatte drei Apps Ich hatte drei Apps Ich hatte drei Apps Ich hatte drei Apps Wieso hast du dann da wieder auf? Auf dich? Ich hab dich auf dich drauf Ich hab dich auf dich drauf Ich werd dich verreck jetzt Au Fuck Bist du bei mir? Ja, jetzt gab da noch keiner von hinten Verreck? Ja! Alles warm Okay, dann gehen wir gleich in der neuen Runde In der nächsten Runde In der nächsten Runde Kennst du die Map? Ja, die ist scheiße Da verrecke ich immer instant Ach, hallo Chris! Woran gehen wir? Hier Wir gehen gleich hinten raus Hier? Ohne Ohne Kisten schnappen? Ja, ohne Kisten Okay Ich sag dir, es lohnt sich nicht Alter, wieso dauert das 20 Sekunden? Ja, geil! Ich kann nämlich mich zu einem anderen stellen Komm her Komm her Oh, wie schnell Kills hab Also wenn da gleich rausrennt bei dir, ne? Oh, da macht uns einer nach Hey, der hat vorhin schon mitgezockt, war jetzt Nuno Eh, renn nach links, nach links, nach links Alter, das soll das Ich weiß es nicht Äh, ich find keine Kisten Ich ahne Geh da ins Haus Falls du noch hinter mir bist Und? Okay Alter, es ist hier dunkel Es hätte sich gelohnt, was in der Mitte zu holen, weil ich nicht zockte Ich auch nicht Da ist ne Kiste Mama Weiter, 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 da ist noch ne Kiste Steinschwert, ich hab ein Schwert für dich, wo bist du eigentlich? Ja, ähm, hintermarsch Nein, da sind zwei hintermarsch Mama Ich helf dir Bist du im Haus? Papa Nee Ich bin schon weitergerannt Da hat er nen Dierks Das ist mein Atzen Oh, da sind noch wer Weg hier Weg hier Wieso ist der schneller als ich? Erstmal Endapelle wegwerfen Ja mal Pfff Ah, safe I hope Nein, da sind noch mehr Mama Geht weg Bist du tot? Nein Ich will euch nicht haben Ich kenn euch nicht, ne pädophilische Säcke Ich hab irgendwie so ein Gefühl, dass er entlabil ist Ich hab irgendwie so ein Gefühl, dass er entlabil ist Ah, jetzt ist keiner Erstmal was er essen, damit ich recken kann Boah, alter, war das jetzt anstrengend Das ist eigentlich ne 64 Runde Ja? Ja? Ja, jetzt ist einfach in der Kiste nichts drin Ich hab mir so Mühe gegeben Alter, ich hab mich grad an zwei Leuten vorbeigeschlichen, die Dier-Axe haben Loll Ich wollt vorhin einen ernatzen Alter, ey Also mit Dier-Axe Ich bin einfach mal so ein Ninja Ninja Ja Ich brauch irgendwas, damit ich mich verteidigen kann Ich hab ein Schwert aber, ne? Ich weiß nicht, wie du bist Fuck, jetzt hab ich meinen Apfel gedroppt Verdammt, da ist ein Zweierteam Erstmal andere Richtung rein Fuck, da ist noch einer Wieso sind hier so viele Menschen? Wieso sind hier so viele Strauß? Ja, Hacker 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 Bist du tot? Ja, Mann, Ben Wir sind irgendwie grade voll schlecht Guck mir zu Ja, geil Ich hab keinen Schirm, tut mir leid Du verratest doch sowieso wieder gleich Nein, Mann Ich hab keine Waffe, Mann So Leute, wir berichten Wir berichten euch von Bens Erfolgen In der nächsten Runde So Leute, hier in der neuen Runde Ben berichte von deinen Ereignissen Ja, ich hab Ich hab einen Rollschwirt Und dann Dann gab er einen mit einem Steinschwirt Und dann Bischi tötet Opa Ahaha Nein, also wir sehen uns gleich wieder So Leute, jetzt aber in der Runde Nein, ich esse keine Schokoriegel Nein, du doch Nein Moin Gämmer Moin Gämmer Pillig fett Doch bist du Ey Oh, bin ich gut heute immer wieder Alter, ich hab ne Melonen und ne Hose Ich hab mal wieder gar nichts Oh Oh Ich hab einfach mal Melonen und ne Hose Geil Alter, ich weiß absolut nicht, woher die Kisten sind Das ist auch nicht Was? Jetzt habt ihr mir das Schwert und die Schuhe geklaut? Oh Mann No Was willst denn du? Naja, ich will, dass du stirbst Das ist Stress, oder? Na recker nicht Ich bin ein Dealer Oh ja Warum? Warum? Ich wette wenig noch hart viel auf 100% Oh, klatsch ich gerade einen mit der Hand, Mann Boah Alter, hab ich ihn geklatscht? Lol Das ist eigentlich eine Hand, du hast keine Hand Hm? Du hast keine Hand Hm Entschuldigung Ja Ich lebe jetzt nicht Ich lebe jetzt Genau, der hat ein Eisenschwert Jetzt hat der ein Eisenschwert und ich hab nur ein Halsschwert Ein Eisenschwert? Warum hat der ein Eisenschwert? Naja, warum? Ich hab immer noch ne Hand Geil Geil Kennt ihr den Sun, oder? Hm? Ich kenn den Sun Oh, geil Nein Nein Verrecken Geh verrecken Nein Mama Da muss er schnell 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 Bist du gestorben? Ja In der nächsten Oh Nein 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 Ja Natürlich Verdammt Also Leute, wir sind gleich in der letzten Runde und dann ja bis gleich So Leute, hier in der neuen Runde! Und der Shader blended, ich hab nen anderen reingemacht Oh, ne 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 Runde hab ich gehört Silduas Oh, geht der auch nicht Geh mal wieder in die Main Road Nö Ok Ich mach's ernst Ah, da ist er hier der Lapp Was? Wo? Wo bist du denn? Da ist er hier der Lapp Hey, wo bist du? Da ist er hier der Lapp Da ist er hier der Lapp Der Lapp Nee, guckst nicht direkt auf mich Nein, ich schau hier gerade in die Hä lol, da hat einer denselben Skin wie du Aha Da haben wir den Salat Oh, hab ich ne Eis lang Verdammt dich ist denn gerade übelst fail gelaufen Hab ich gehört Okay, nmd Oh, war das langbar Weißt du, wo ich bin? Nee, doch Hey, wir gehen auf den Main Road Nee Ich hab doch gesagt, nee Oh, du meintest es echt Ja, ich meine es echt Du meint es voll echt Du meint es voll echt ? Naja, ich meine es auch echt Denn mir ist sogar einer Boah, was Teck Sound Ja, ein gut Boah, der Shader blendet echt Ich bin des Ernst Einherz Los, aber hier seht wenn ich Everyone Einherz Icher sagt was geht bei dir ab Weil ich gerade einen geklatscht habe Vielleicht halt ab die führten was gibt bahn geht kommt eine schuldsatz zweiter wo bin ich es kann ich in einen inventar schauen als es nicht in diesem ton die fest fraulein fraulein Uji 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 Fräulein Uji Alter, da ist einer Ich geh es in Und er placed erstmal TNT Und das trifft 0% Junge Jaaaa, wieso haben die alle die Äxte Und können nichts damit Das ist ein Lapp So, erstmal eine Hose anziehen Noch da werden? Ja Dacht schon Ich muss erstmal mein Leben rengen hier Hier in der neuen Runde Alter Ben, bist du so still, ist immer dein Wert Ich glaube, ich spiele zu viel mit Boah, wieso sind da drei? Oder so Meins? Wie viele? Ja Ich bin verächtet bei drei Leuten Hab ich jetzt genast? Jaaaa, da ist noch einer! Coach Du bist tot Ich hab gar Lust mehr Ich bin grad so schlecht Das war sowieso die letzte Runde Jaaaa, hier traf da noch einer! Dann kann ich nicht Die glatzen mich eh gleich Und die glatzen mich eh gleich Mh? Die glatzen mich eh gleich, hab ich gesagt U U U Ich hab's abgängig Uuuuh Ich hab's abgängig Uuuuh 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 So, das muss ich erstmal hier finden, damit ich auch mal innazen kann und rin ich hier nur die ganze Runde weg und dann gerne mal da ich werde wundern weg Oh, ich hoff's aber nicht Niemand mag den ja Kissen Kissen Ja, das denk ich mir aber auch, ey Uuuuh Alter, is right in my pants Fuck! Muss ich wieder gelassen? Ich bin mal weg Was denn? Okay, ich muss dich jetzt hin und draflassen Boah, nee, Balloon will mit dir selber raus Was? Der soll mit sich selber rausgehen Okay Bis jetzt noch, bleibst du noch für die Runde da Bleibst du noch für die Runde da? Was? Hacker 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 Okay, Leute, das war's dann für heute mit Survival Games Wie ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal Bis nächste Mal In der nächsten Runde In der nächsten Runde Meine Kinder Und dann müssen dann Tschüss Tschüss